Herzlich Willkommen zurück zum Let's Play Octodad! Ja, das neue Superspiel. Wir sind wieder am Start. Jeder von uns ist ein Körperteil. Oh ja. Und zwar lass einmal diesmal am Anfang kurz sagen, wer was ist. Ja, die Farben, genau. Also, der Dommy ist... Äh, grün. Ich bin grün. Der Erik ist... Mal kurz nicht bewegen. Ich bin gelb. Der Tommy ist rot, ne? Rot, ja. Und ich bin blau. Der Flo, hallo. Äh, okay. Und letzte Folge haben wir ja schon gesehen, wie wir ein bisschen in unserem Garten fit machen mussten mit unserer Family. Aus irgendeinem Grund weiß unsere Frau ja nicht, dass wir ein Oktopus sind. Oder checkt's nicht. Und am Ende kam noch dieser Typ, der uns vernünftet. Genau, unser Nachbar. Der beobachtet uns, gell. Wir dürfen hier nicht zu viel kaufen. Und jetzt sind wir im Lebensmittelgeschäft. Nee, ey. Und müssen Pizza finden. Wir müssen hier die Pizza klar machen. Da hinten rein. Guck mal, gucken alle so krass. Ja, wir sind so... Ein Oktopus. Ein Oktopus, der hier einkommt. Ey, wer hängt hier an dem Sonnenbrille? Ja, die Arme bitte gerade gar nichts machen. Boah, ne Sonnenbrille. Guck mal, der kann sich ne Sonnenbrille aufsetzen. Ja, Jungs, das ist egal. Wir müssen jetzt schnell da dieses Ding holen. Tag, Tag, Sonnenbrille. Jetzt erkennt uns keiner mehr. Wir müssen jetzt schnell... Ja, jetzt guckt sie. Wir dürfen es nicht klauen, während sie guckt, Jungs. Wieso müssen wir es schnell holen? Wir brauchen Pizza und Tobi Serial. Jungs, lest doch mal, was unten steht. Ja, wir haben noch Serial. Nein, wir müssen die aus ihrem Einkaufswagen klauen. Die hat doch gerade noch gesagt... Ach so. Es klaut bestimmt keiner, wenn sie nicht hinguckt. Das war ja die Aufforderung für uns, auf jeden Fall sofort zuzugreifen. Hier ist es doch. Boah, Jungs. Ja, ich habe nicht zugehört. Ich war so beschäftigt mit dieser Sonnenbrille auf. Jetzt haben wir es halt geklaut und sie hat es gesehen. Das war bestimmt nicht so gut. Ach so, egal. Los, zum Gebührschrank. Was? Oh Gott, hier ist anscheinend kein so guter oder keine so gute Quali. Geht mal da rein, oder? Nimm doch mal die Pizza da. Das ist keine Pizza. Das ist Nudeln oder so. Könnte auch Pizza sein. Why are all these freezers frozen? Er hat doch gerade gesagt, dass irgendwas nicht richtig funktioniert. Da ist Top Pizza. Ja, aber was hat er gesagt? Die sind zu krass eingefroren. Ja, genau. Was machen wir jetzt? Wir müssen bestimmt irgendwas dagegen hauen oder so einfach. Wollen wir die reinschmeißen hier, diese Packung? Ja, nimm das mal und schmeiß mal dagegen, ob irgendwas passiert. Nee. Oder wir müssen den Kühler ausschalten halt irgendwo. Ja. Auf den Knopf drücken oder so. Lauf mal nach ganz rechts und nach ganz links. Kann ja nicht sein, dass es nicht... Erstmal nach rechts. Erstmal nach rechts. Ist jetzt vier Personen nicht richtig aufgepasst. Hinter der Theke bestimmt. Ja, Jungs, ihr müsst echt mal mitlesen halt. Ja, weil es auch zu hektisch ist, weil die ganze Zeit... Drücken wir auf die Klingel hier. Ja, genau. Bing. Komm, wir wollen, dass du kommst. Okay, so nicht. Wollen wir nochmal Hinterdrehen gucken? Doch, geh doch mal Hinterdrehen, ja. Machen wir es halt einfach selbst, wenn er busy ist. Oh. Aber das sieht hier alles nach Metzgerei halt. Ja, ist ja nix. Nee, wir brauchen ja die Pizza. Nee, ob da jetzt irgendwie ein Knopf ist für die Kühler? Nee, ist nicht. Aber man kann die sich nicht verändern. Ja. Gut, dann müssen wir auf die andere Seite von den Kühlen stecken und da mal gucken. Genau. Einmal die Regale hier lang gehen. Oh, kann man auch so an den... Oh mein Gott. Ja, nein. Das ist das allerbeste. Oh, kann man hier so ein Foto machen oder so? Kann da mal jemand draufdrücken? Was ist denn das? Bing, bing. Die Mucke, die hier läuft, oder was? Nee. Ich ziehe aus den Filmen. Ja, klick mal in die Mitte. Ja, in der Mitte. Suckers. Brain Suckers. Den Film will ich sehen. Ja, ich versuch. 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 Toll. Ja, gut. Na ja, wir müssen den Supermarkt mal weiter inspizieren, glaube ich. Gehen wir mal auf die andere Seite. Oh, da ist ein... Ja, was war das? Wir können mit dem Einkaufwagen reinfahren. Oh, das ist doch cool. Dave, das ist ein Düsen-Ding zum Einsteigen so. Ich will, dass ihr den Einkaufwagen nehmt. Na ja, schmeißen wir ihn rein. Versuchen wir's. Jawoll. Ich glaub aber nicht, dass man was dagegen werfen muss, ehrlich gesagt. Aber der hat schon mal mehr Power auf jeden Fall. Ich trinke so viel Milch. Ich denke, ich bin wirklich in Liebe. Komm her. So. Oh. Ist echt gar nicht so einfach. Okay, lass so kurz die Frau mal vorbei. Na gut. Ja, Madame, gehen Sie ruhig vorbei. Gehen Sie ruhig vorbei. Lassen Sie sich die Stürmer reinkaufen. Alles gut. Alles gut. Wir müssen nur eben hier die Tür kaputt machen. Ja, der Herr auch. Der Herr auch. Gehen Sie ruhig weiter. Jetzt habt ihr ihn doch. Und jetzt volle Karne rein da. Ja. Okay, ich probier's mal gerade alleine, okay? Warte, jetzt muss er ein Stück mehr ran. Oh, ne. Der ist zu schwer. Wir müssen's auch zusammen machen. Dann, okay. Erstmal hoch das Ding. Nee, ich hab ihn gar nicht mehr. So, jetzt. Hoch das Ding. Nee, es geht nicht hoch. Doch, es geht. Beide Beine müssen auf dem Boden sein dafür halt. Oh, Madame. Was ist denn? Was wollen Sie denn? Oh. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man hier was kaputt werfen soll, ehrlich gesagt. Ja, ich auch nicht. Aber... Out of order. Da hat's auch funktioniert. Aber... Der Schalb ist nichts passiert. Nee, wir müssen uns irgendwie anders... Wir müssen uns irgendwie auftauen halt. Ja, wir kommen, wir gucken uns jetzt hier mal um in dem Laden. Destroy. Hear that? Abazor-Action-Figures are back and start by popular demand. Lass mal hier reingehen. Auf jeden Fall. Nur so der Arm drin. Oh, ich komm nicht rein. Oh, nein. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich krieg das Bein nicht hoch. Ich auch nicht, irgendwie. Wieso kriegst du das blöde Bein? Jawoll. Sind wir drin? Nee. Wir sind dahinter jetzt, in der Ecke. Ja, lass mal wieder hier rausgehen kurz, damit man sieht wenigstens was wir machen. Ja, wie? Es geht grad nicht. Keiner weiß gerade, was wir sind. So, ich bin das rechte Bein. Noch, okay. Probier mal einer mit dem Bein. Und der Flo war das linke, glaub ich. Ich seh's ja da. Das Bein, das bin ich ja. Das Blaue, das da so raus. Hält sich irgendwer noch fest? Ich drück mal jeder an. Wir hängen fest. Ah, jetzt. Jawoll. So. Und. Nochmal über den Schlügel, oder? Jetzt nicht mehr. Jungs. Was ist denn los? Das hier ist so unkoordiniert hier. Oh, wir können hier spielen. Das sagt wohl. Okay. Kriegen wir hin, was zu spielen? Ja, bestimmt. Lass es mal probieren. Volles Jazz-Konzert hier. Alle meine Enten wenigstens. Pfff. Das kriegen wir nie. So, war doch cool. Cooles Jazz-Intermezzo. Ja, denke ich auch. So. Jetzt kümmern wir uns mal bitte weiter um die Pizza. Was ist denn mit meinem Bein los? Ich kann das gar nicht mehr richtig bewegen. Irgendwas muss doch... Aha. Da haben wir's doch. Only Gervisons has a soda city big enough to handle all your biggest events. Wollen wir die Soda da runter, oder? Ne, das Ding, guck mal. Das ist doch wie so ein Flieger. Das muss bestimmt einfach nur in die Regale reinballern. Irgendwo hier muss man jetzt wahrscheinlich einen Knopf drücken. Obtain Mango Soda. Wir haben übrigens auch mehrere Ziele, ne? Wir haben ja da Soda. Da unten ist doch schon Soda. Jungs, das mit der Pizza ist jetzt noch nicht vorbei. Ja. Das müssen wir immer noch machen, also... Will mal jemand das nehmen da unten? Ja. Warte, ich versuch. Ich glaube, das ist zu spät. Ist das die Mango Soda? Was steht denn da drauf? Ne, das muss man bestimmt da rausholen aus dem... Genau. Aus dem... Ah, okay. Und jetzt so ne Dose euch nämlich. Ja, aber die richtige. Guck mal, dieses Zeichen rechts, das so leuchtet. Das orange, ne? Das brauchen wir. Die Sonnenbrille ist der Geist, ey. Okay, da ist es. Jawohl, da ist es. Drei Stück direkt. Und noch tausend andere Dosen. Ne, das war's falsch. Das sind die roten Dosen, glaub ich, ne? Ja, ja, ja. Okay, ich hab eine. Oh, damit können wir das sprengen bestimmt, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber das ist jetzt leer. Ist leer. Es gibt keine mehr. Andere Seite. Ne, ist auch rot. Ich glaube, wir müssen echt das von da oben holen. Aber Mango Soda... Die Flasche sieht man auch unten rechts, ne? Dabei auch Thane Mango Soda. Ja, ja, genau. Die ist orange halt. Deswegen dachte ich... Es ist gar keine Dose. Ja, wir brauchen die, die da oben hängt. Wir müssen da hoch. Oh Gott. Oh Gott, Leute. Ganz vorsichtig. Okay. Ganz vorsichtig. Die Arme machen am besten mal nichts. Die Arme machen nichts. Ich halte ihn hoch. Lass das los, okay. Klo, komm erstmal hier vorne hin, oder? Nach vorne, so. Okay, jetzt hier zur Seite, oder? Nach links. Oh Gott. Und jetzt da hoch. Ja, jetzt da hoch. Aber geht nicht weiter gerade. Nee, wir müssen wahrscheinlich erst die Pakete wegpacken. Nee, wir müssen die wegpacken. Ja doch, stimmt. Doch, wir müssen die wegpacken, damit ihr euch da drauf stellen könnt. Es geht leichter dann. Könnt ihr mal da hinten vorkommen, oder? So. Okay. Wir können sie aber einfach wegkicken. Ja, wegklauen. Jetzt hoch. Okay. Ey. Erstmal nur das gelbe. Das gelbe Bein hoch. Okay. Ja, so. Oha. Hilfe. Ey, der wackelt so hart. Oha. Und abstellen. Ja, ich bin... Okay. Da sind wir schon wieder runter. Ja, ich bin drauf. Okay, das war's schon. Okay. Oh. Dann packe ich hier jetzt mal die anderen Kartons runter. Ja. Da hatte ich versucht, das Bein da hochzukriegen. Das sind wir schon wieder unten. Oh man, ey. Jawoll. Wir kommen langsam hoch. Oh. Und das nächste? Wenigstens sieht uns die ganze Zeit keiner. Boah. Wir kommen vielleicht auch fast schon dran. Eine Stufe müssen wir noch hoch. Eine Stufe müssen wir noch hoch. Eine Stufe müssen wir noch hoch. Da könnt ihr jetzt auch hoch. Das muss schon reichen. Ja, Flo, hast du's? Ich bin da, ja. Okay, Arme hoch. Ich komm nach. Oh Gott. Oh Gott, hektisch. Oh Gott, wir fallen auf der anderen Seite runter. Geht wieder hoch, geht wieder hoch. Oh nein. Geht nicht. Wir müssen wieder zurück. Wir müssen außenrum wieder. Also wenn ihr oben steht, dürft ihr euch nicht mehr bewegen. Ja, haben wir nicht. Ja, haben wir nicht. Okay. Boop. 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 Oh, ich krieg das Bein nicht mehr da raus. Ich häng hier zwischen den Kisten. So, jetzt. Okay. Mein Wein ist oben. Okay. Und? Und? Ja. Ist wieder oben. Da bleiben. Da bleiben. Da bleiben. Das war's schon wieder. Ich hab's noch. Ne. Und? Ach Gott. Bleib da oben. Ja, ja, ja. Nicht bewegen. Nicht bewegen jetzt. Aber der fliegt dann so hoch. Das ist ganz komisch. Wegen dieser scheiß Giste da noch. Jetzt sind wir doch oben, oder? Ja. Jetzt kommen wir doch dran. Wenn wir jetzt da bleiben sind. Ja, bleibt so gestreckt. Wir stehen auf jeden Fall sicher da gerade. Richtig, ja. Richtig, ja. Richtig, ja. Richtig, ja. Weil er nach oben reicht sich. Jawoll. Jawoll. Yeah, Mann. Sehr gut, sehr gut. Okay. Okay, weiter geht's. Die Pizza immer noch. Okay. Erstmal wieder da rund... Ach, jetzt bin ich ein Arm. Ihr seid jetzt die Beine. Ja. Ich bin immer noch ein Bein. Das war das andere. Okay. Ja, ich glaub... Also meistens sind die Rätsellösungen ja schon. Ja, die sind immer nach rechts hier, oder? Nee, die Rätsel sind eigentlich immer an dem Ort. Ja, nach rechts. Ja, das war jetzt ein Rätsel halt. Ja, aber das war vorher doch auch immer direkt so. Es kann nicht sein, dass es irgendwas größeres ist. Wir müssen bestimmt irgendwas direkt hier machen. Boah, das ist noch eine coolere Kanye West-Brille. Ey. Ich hab's dir mal mitgenommen. Irgendwie ist es halt komisch, dass diese eine Tür da vorne offen ist. Ja, lass doch mal gucken, ob wir da nicht hier sind. Vielleicht kann man da rein und einmal quer durchgehen. Vielleicht ist der Typ ja jetzt auch nicht mehr beschäftigt. Ja, wir gehen jetzt erstmal hier rein. Und dann muss man durchlaufen, wahrscheinlich. Da sind einfach nur die Türen kaputt. Nimm mal das alles weg da. Oh Gott, da müssen wir uns doch so durchquetschen. Kommen wir da überhaupt durch? Vielleicht schon. Ja, irgendwie. Also so geht's auf jeden Fall. Ja, lass doch mal oben drüber. Ja, oben lang. Irgendwie müsst ihr nach oben mit dem Wein. So, ganz nach oben. Wer ist grün, Domi? Ich bin grün, ja. Muss ich mal hoch. Nee, aber wir müssen die Kistnäste rausnehmen, oder? Nee, ich glaube, du musst ganz... Ja, mein Bein steht aber schon dazwischen. Seht ihr das? Und jetzt hoch, ganz genau. Und jetzt da. Nächstes, du wieder? Und jetzt ziehe ich mein Bein nach. Jawoll. Okay, ich nehme das... Ihr müsst mit den Händen auch mal mitgehen am besten. Ihr haltet euch dann noch fest unten. Ja, müssen wir loslassen. Der blaue, der blaue. Ja, ich drück als A. Ich halte mich eigentlich nicht mehr fest. Nee, du musst den so hoch bewegen. Der hing da nur fest. Du hattest nichts in der Hand, glaube ich. Hier müssen wir unten... Oh, zwischendrin. Ach du Scheiße. Rein da jetzt. Das Bein, das Bein muss durch. Jawoll, jawoll, jawoll. Läuft. Jawoll. Jawoll. Boah, ey. Jetzt wurden wir hier reingesaunen. Das war viel leichter. In den Venti. Ja, viel leichter so. Wie viel leichter so. Ja, das hätte ich gleich so machen müssen. Da ist es, da ist es. Da ist es, da ist es. Ja, Mann. Nice, Jungs. Geil. Wie gleich so machen. Was kam noch da erst an der Stelle? Locate the perfect apple. Venti. Okay. Ach so, jetzt bin ich wieder am Bein. Ja, okay. Gehen wir mal zu... Das Gemüse-Ding war rechts von uns. Wir müssen hier rüber. Und da einmal ganz hinten durch. Wer ist denn das grüne... Ey, ich, aber ich hab verpestgehangen. Locate the perfect apple. Wie die Leute uns echt immer alle angucken halt. Ja, kein Wunder. Oh, shit. Wie wir hier rumstolpern. Da ist der, da ist der perfekte Apfel. Oh, mein Gott. Ja, stimmt. Ich hab den falschen. Weg damit. Weg damit. Oh, der war da. Ja. Yeah. Der goldene Apfel. Wie er aussieht mit der Sonne. Oh, chocolate milk. Oh, jetzt bin ich wieder am Bein. Boah, nix wie raus hier. Salto. Und da rein. Chocolate milk ist bestimmt hier irgendwo. Nee, noch weiter. Nee, ich müsste eigentlich auch im Kühlschrank sein, ja. Ja, ich will mal da hinten, da hinten durch, bestimmt. Da ist doch bestimmt Milch. Da sind doch die Riesendinger. Hier muss doch irgendwo. Ja, ja. Derry. Derry, brother. Da hinten, die dritte. Nicht die hier. Nee, die gelben, da hinten, die gelben. Ja, okay, ich hole sie. Oh, das war halt falsch. Legt die Arme. Sehr stark. Legt ihr mal, kannst du ihren Einkaufswagen voll machen? Nimm mal was und schmeißen sie in ihren Wagen. Okay, warte, lauf mal einen Schritt nach rechts. Oh, 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 oh. Sorry. Get sushi sample. In back. Also wir müssen hinter die Theke. Die Tür ist jetzt auch offen, genau. Da liegt's doch schon. Ja. Aber machen die nicht aus uns, Sushi? Oh Gott, nein, das ist der Typ wieder. Ja, ich hab gerade drüber nachgedacht. Wir sind doch aus Sushi. Run, 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 run. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott. Okay, das heißt... Hä? Ja, run. Man muss direkt losrennen. Okay, wer sind die beiden Beine? Ich. Und der Eric. Ja, okay, Eric und Domi. Ihr müsst jetzt... Oh, oh. Nehmt euch das Ding und rennt. Eric, tu das Bein mal wieder ein bisschen... Okay, ich nehm's jetzt. Und zurück raus aus dem Laden sofort. Okay, run. Geht nicht. Jetzt nach vorne weg. Das hat gewechselt. Das hat gewechselt. Ich bin nicht mehr des Beins. Ich bin des Beins. Ich bin des Beins. Rennt in die andere Richtung. Auf die Kamera zu müsst ihr rennen. Jetzt kriegen wir's hin. Okay. Aber es wechselt gleich wieder, sobald wir das Ding genommen haben. Ja. Denkt dran. Ihr müsst dann gucken, wer die Beine sind. Und jetzt auf die Kamera zu. I will turn you into a moderate repriced social. Renn. Oder weg. Oder weg. Ach so. Immer auf die Kamera zu. Wie ausrastet. Der Oktodelt. Oh Gott, wir müssen hier raus. Komm, John. Wer ist rot? Ich bin rot. Ja, dann komm auf die Kamera zu. Los, los, los. Los, Tommy. Schnell. Ey, ich beweg mich, aber es passiert nichts. Du bist links, du bist links. Das linke Bein warst du gerade. Das hab ich gedrückt. Ja, du musst wechseln. Du musst gedrückt halten und dann kannst du es noch. Guck mal, da geht's doch. Ja. Ja, gerade ging's nicht. Okay. So, los geht's. Aber es sieht so geil aus, wie auch der Bein. Okay, ich bin jetzt ein Bein. Ich bin ein Arm. Ich bin auch ein Bein. Das linke. Du bist das linke. Ja, du bist das rechte. Jetzt hier um die Ecke. Hier vor. Ja, man bleibt auch manchmal hängen ein bisschen einfach mit dem Bein. Da muss man einfach noch ein bisschen wackeln. Boah, läuft. Das ist ein bisschen schnell. Boah. Boah, das ging aber jetzt flott. Dass dieser Typ uns alles zu Sushi machen will, kann ja wohl nicht wahr sein. Okay, check out. Wie hier alles kaputt ist, wenn wir hier waren. Guck mal, das Spiel. Unsere Koffer dreht durch. Dreht total durch. Oh, 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 die wollte ich gar nicht haben. Check out at the front. Ja, wir müssen wieder raus einfach mal, oder? Nee, da ist die Kasse. Hier, da? Ja. Da stehen auch unsere ganzen Sachen. Ach ja, stimmt. Boah, die müssen wir jetzt selbst scannen. Oh Mann. Erinnert mich an die Ecke. Alles klar. Ja, die ist schon gescannt. Der Apfel noch. Ja, nur noch der Apfel. Und die anderen, ja. Auch die Pizza noch. Und was war das Rote nochmal? Alles. Cool. All right, now that we've got our groceries, it's time to head to the Aquarium. Yeah. Und er will einfach nicht. Mit der Grille. Der Öppling, something accusatory. Well, that makes two of us. To the car, kids. Yeah. I want to see a Snugglefish. Snugglefish. Honey, it's really simple. You can come to the Aquarium with your family. Or you can walk home alone. Boah, da ist er aber streng jetzt. Oh. Come on, Dad. Wir sind doch der Oktopus. Der einzige, Dad. Oh, ist er traurig. Ja, ist echt ein bisschen traurig, der Gute. Das ist so geil. Ist er abgefahren, dieses Spiel. So. Oh, da sind wir schon im Aquarium. Oh, take a look at that. Oh, wie verängstigt er da steht. Check out that gift shop. Hammerhead. Honey, are you all right? What has got you so spooked? Oh, nix. Okay, I'll just have to add that to the list of questions. Don't worry, we're here for you. Now, let's get some tickets. Sein Tentakel. Ja, wie es hier im Aquarium aussieht, sehen wir uns dann aber in der nächsten Folge an. Denn wir sind schon wieder am Ende. Winken wir mal. Komm, wir winken mal. Hallo, hallo. Macht's gut. Hallo. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Genau, jetzt haben wir den Supermarkt mal gesehen und das Aquarium zeigen wir euch dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ready for three to five time. Ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017